Das ist ja auch nicht mein Job, ne? Ich bin hier Kellner, kein Putzmädchen. Naja gut, mal wieder Personalnot am Fürstenhof. Oh ja, aber die Kallenberg scheint ja ganz ordentlich zu sein. Gibt ja nicht viel zu tun. Morden für Anfänger. Das passt, Lügen leicht gemacht. Klatschmohn und Opiumhandel. Ich glaube, das hat die von Heidenberg damals mal hier vergessen. Also ich hätte dieser Frau alles zugetraut. Alles. Aber das? Das geht wirklich zu weit. Und da? Oh. Bis zum nächsten Mal.